hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch zeigen woran das liegt wenn windows 10 bestimmte programme oder besser gesagt die apps die nicht manuell geschlossen wurden nach dem neustart oder aber auch nach dem abmelden und wieder anmelden automatisch startet beziehungsweise wie wir das manager können und zwar gibt es in windows 10 ab der version 2004 denke ich ein ja eine option ein windows die start manager wenn man so möchte das ist ab eine option die wir hier unter einstellungen konten und anmeldeoptionen finden wenn wir bei darunter scrollen wo genau apps neu starten ja hier ist noch mal eine kurze erklärung meiner apps neu gestartet werden können es bestrifft also nicht alle apps beim abmelden automatisch speichern und nach der anmeldung starten das ist also auch eine zusätzliche sicherheit backup funktion quasi wenn wir beispielsweise ein ort dokument oder wordpad meinetwegen hier wenn wir an ein dokument hier arbeiten oder ich starte mal firefox beziehungsweise ich kann jetzt ja also die apps die jetzt geöffnet sind ist jetzt die sind jetzt nicht wieder gespeichert noch geschlossen werde ich den rechner jetzt neu starten würde oder mich abmelden nach dem wieder anmelden dann wurde in meinem fall hier firefox und wordpad genauso wieder direkt auf dem desktop auf kloppen starten ja mit dem stand hier ja das wird also vor der abmeldung nochmal gespeichert und startet dann eben automatisch wenn wir uns wieder anmelden genau das ist der grund ja warum die bestimmte gerade hier automatisch starten eben wenn die option hier aktiviert ist wer das nicht haben möchte wer das nicht mag oder nicht braucht kann das hier deaktivieren natürlich ja das ist an euch überlassen genau das was im prinzip aber auch schon alles ich hoffe dass die frage hier mit beantwortet ist oder dass ich euch weiterhelfen könnte wenn ihr mehr andere fragen habt noch oder anregungen einfach einen kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen natürlich über ein like freue ich mich auch wenn es euch weiter geholfen hat danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal